Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ähm, zu meinem vierten. Ähm, heute hab ich einen Gast dabei. Drei, zwei, eins, null. Hallo, oder? Ähm, er heißt Leon. Ähm, ich heiß eigentlich auch Leon. Wir haben heute ein paar, also drei Challenges. Es ist, und danach überlegen wir uns noch eine Bestrafung. Richtig? Ja. Ähm, ja. Ähm, ähm, ja. Wir machen einen Fallrückzieher, Fluchkopfball, und, ähm, halt, gemischt halt beides halt. Und dann, und dann legen wir halt jetzt schon mal los. Äh, Kamera, Kamera, Kamera. Gut, ich fang dann jetzt an. Äh, scheiße, wohin hol ich die Kamera hin? Äh, äh, das sagst du dann auch. Nee, man sieht nix. Äh, nee, ich halte die jetzt einfach, ich halte die einfach. Äh, äh, allerdings, es geht nur 49, ne? Äh, okay, ich halte die Kamera, Kamera einfach so, okay? Äh, okay, ähm, ja, und, okay, warte, warte, wir fangen an mit einem, Flugkopfball, die kommen, ich zeig's, ähm, ja, halt du mal, aber so, ne? Ja. So, das? Ja, so. Geh mal mit, Leon, du stellst dich da hin? Und, allerdings, ich bin schon im Schlaf entzogen. Ähm, äh, ja, Leute, ich, wir waren von draußen, haben gebolzt, ja, ja, ein bisschen oft reingerutscht, und, ja. Okay, ich fang jetzt mal an, ich träg's euch, zum Beispiel, da ist, wir nehmen jetzt eigentlich noch ein Torwart, und dann gehen wir ein bisschen runter. Äh, so, dass man halt, hier so, runter, runter. Easy. Runder? Nein, die Kamera ist schräger. Nicht so, halt vor, zurück. So. Okay. Warte, halt so. Okay. Ja, jetzt sieht man's, okay. Ähm, zum Beispiel, der Leon ist jetzt der Torwart, und jetzt muss ich halt so machen, und wenn der Ball hier ist, komm mal runter, hier, oder halt hier ist, dann ist es drin. Ich lege hier mal bisschen als Linie, also das hier, als Linie, und wenn der Ball hier drüber ist, dann ist es halt ein Tor. Und wer fängt von uns zwei an? Wir machen Xing, Xing, Xing. Xing, Warte, ich halte die Kamera. Du bist toll. Xing, 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 Ich halte die Kamera ein. Ich halte euch doch, in welchem Verein wir spielen. Halt eine Klappe! Ich bin allerdings Messi-Fan. Ich halte die Kamera ein. Äh, ja, mh, okay, ich fang jetzt mal an. Ich denke, willst du mich ficken? Schreibt alle mal in die Kommentare. Ich denke, fail! Ja! Fail! Alle Hashtag fail in die Kommentare. Okay. Neon, halt du die mal. Ich kann das nicht mit einer Hand. Ich hoffe, das ist einfach. Alter! Ich schaff das einfach nicht zu treffen. Wenn er nochmal gegen meinen Bauch schießt, flippe ich aus. Äh, nochmal Hashtag fail in die Kommentare. Ja, du kannst die Kamera auch so halten noch. Ja. Schön, dass man halt besser sehen kann. immer dich auf dem Bildschirm haben. Hi, Leute! Was? Was? Jetzt mein allerletzter Versuch. Danach ist der Leon dran. Oh! Ich sterbe, Digga. Wenn ich auf jeden... Hey, wenn ich das meiner Mutter sage, ich bin so am Arsch. Ich habe seinen Fremur hingestellt. Ja, Leute, jetzt bin ich dran. Halt mal. Ja. Wir hatten anfangs noch ein bisschen Probleme. Oh, warte hier. Weg damit! mit! Ja, fail! Hashtag fail. Alle in die Kommentare. vier versuche noch wenn du haben den kopf angefangen ich wollte eigentlich raus köpfen der quatsch macht ich zeige ich zeige noch mal die fahrung hier ja leute ich bin das erste mal dabei das nächste mal vielleicht wenn ich beim lernen noch ein video ja vielleicht macht in der zwischenzeit noch ein paar bis ich wieder da bin wahrscheinlich macht er auch mal einen kanal oder aber klappt da bin ich beim ersten hier nicht dabei nein du machst ja im text alles in den zimmer okay okay ich habe mit dem auch nicht aufgeräumt und hier okay loslegen ja verletzung alle stück verletzung in die kommentare weil ich die frage er hat er noch vier wir machen danach noch mal ein video aber ein anderes noch mal naja wenn ihr euch schreibt wo der ball war er ging ja und dann ging halt so und allerdings du bist der ball ich will schon verlaut sein vor uns von zuschauern jetzt runde laufen leon ja leute wenn mein kanal dann da ist ne fang ich dann erst mal mit zocken noch mal herrscht fällt also ich glaube alles müssen jetzt sagen wir nur über fail nochmal also triffst du auch irgendwann mal ja hast du es jetzt hat dieser Wichser getroffen warte mal ein tolles Jungen man hat deinen Arsch gesehen